Und der gibt dir den Arschfahrer. Genau. Und dem kriegst du den Arschfahrer. Ach, die gibt dir Arschfahrer. Mal 260 Euro für den Falschpacken bezahlt, inklusive Abschleppen. Ja, dann ist das in Ordnung. Falschpacken und Abschleppen 260 Euro ist vollkommen fein. Ich hab mal 400 bezahlt. Was? Als ich noch ein Auto hatte und bei meinen Eltern gewohnt hab. Mein Puvaki, was geht? $5. Was ist die Grab? $5. $5. $5. $5. $6. $5. $6. $6. $7. $$8. es war direkt vor deiner haustür geht das kriminell das ist das ehrlich kriminell WTF Alter, mein du am Okay, das ist geil, Hopi. Halbe Stunde, 100 Euro, das ist geil. Ist gut eigentlich, ja. Autofahren am Ring ist so stressig wie Ranked Endgame, 100%. Bin ich auch einmal gefahren, das ist zum Kotzen gewesen. Topparkplatz sage ich. Ja, kannst gerne dort öfter parken eigentlich, oder? Da bist du noch gut davongekommen. Was hast du für eine Karre? Gar keine. No car, man, no car. Ich wohne halt in Wien, ich brauche kein Auto. Ich wohne in Wien und habe meine Arbeit bei mir daheim. Ich brauche kein Auto. Ich brauche kein Auto. Ich brauche nicht. Was ist das für ein Song? Bein geht ein bisschen freaky. Das ist ein bisschen bängig. Ja, das ist ein bisschen bängig. Das ist ein bisschen bängig. Ich habe das Radio kaputt gemacht. Requesting Recon flyover. 25 und left. Stay sharp out there. Ich habe das Radio einfach kaputt gemacht. Wer? Marked. Wie wütend. Warte, ich muss kurz was aufschreiben. Ich habe schon ein paar Videoideen, die mir gerade eingefallen sind. Das ist ein bisschen bängig. Aua. Good song, man. Good song. Enemies dropping into the AO. Pedro, Pedro, Pedro. Be advised, UAB is exiting the AO. Für welche Waffe? Is he armor kit for which weapon? Nice shot. Wait a sec, wait a sec. Do you know what I can get my wife for three years anniversary? ja gute frage da müsste ich auch gerne beim nächsten mal ein bisschen schneller raus bekommen sage ich pädro 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 da hallo hallo hey flex das anlage in pds die nehme ich nie mit sie sind genauso wie maßgasten weißt du brauchst du nicht je mehr du im inventar hast desto schwerer wird dein charakter und desto langsamer kannst du sprinten weißt du macht keinen sinn was ist das wirklich so danach meine attachments zeig mal gerne ausrufezeichen waffen in den chat ausrufezeichen waffen dann hast du einmal alles pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro-pedro Hostiles, deploy der Moskito. Advanced UAV is exiting the AO. Juck, juck, was? Ist das krank? Oh. Oh, ist das gut, Alter? Okay. Petro, Petro, Petro. Yeah, okay. Ich habe ihn, Bro. Ich habe ihn. No worries. Du musst nicht pushen. Okay, okay. Ich werde nicht pushen. Ich werde in die Prise gehen, okay? Bye, bye. Okay, danke. Das ist klunk. Okay. 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 Ich habe ihn. Okay. Ich träume die Lobby doch, das ist ein kompletter Fiebertraum, was hier gerade passiert, oder? Das ist ein kompletter Fiebertraum. Okay, mein Freund, es ist nur uns zwei. Willst du eine Fist-Fight machen? Fist-Fight? Fist-Fight? Okay, okay. Ich schreibe die Gäste. Ja, schreibe die Gäste. Ja, schreibe die Gäste. Ja, schreibe die Gäste. Ja, schreibe die Gäste. Okay. Du bist bereit? Okay, okay. Ja. Good luck, gut luck. Good luck. Ja! Genau so nämlich. Was war diese Runde, bitte? Was war diese Runde? Was zur Hölle ist hier gerade passiert? Warzone, aber es macht tatsächlich Spaß. Ich bin fast zum heiligen Flickfuck, Alter. Ich bin fast zum heiligen Flickfuck, Alter.